Hamburg als Austragungsort der Klassik. Logo eigentlich. Das passt gut zusammen und das ist ein Konzerthaus, das nicht nur für klassische Musik ist, aber natürlich unbedingt ganz viel und viele sind ja auch schon hier, um sich dann Musik hier anzuhören. Telemann und solche Leute, die sind ja alle gehalten worden, Brahms in Hamburg und man hat damals schon in die Klassik als Kulturfaktor investiert. Wie wichtig ist die Kultur, um Tourismus, um eine Stadt nach vorne zu sein? Hamburg ist jedenfalls eine Musikstadt mit einer sehr langen Tradition, mal mehr oder weniger geschickt gemacht, aber auf alle Fälle doch mit einer Tradition, die viel älter ist als manche denken und es ist gut, dass wir das in die Zukunft verlängern können. Also wie die klassische Musik, das neue und das alte Verein. Kulturfaktor